Wir schreien nach Dörtran und kriegen auch einen und zwar in der dritten Auflage. Am 25. Juni wird wieder mit vollem Körpereinsatz angegriffen und zwar beim CityAttack. Unser Motto 2017 wird weiterhin sein Qualität vor Quantität. Das heißt, uns ist einmal ganz wichtig, dass die Qualität der Veranstaltung passt. Wir haben ein Hindernis weniger und die Qualität passt trotzdem. Trotzdem wird es neue Hindernisse geben, auch mehr Hindernisse wie in den letzten beiden Jahren. Es wird Neuerungen geben in der Ips, es wird Neuerungen geben am Obigparkplatz. Wir haben da auch als neuen Partner des Bundesherrn Stetten, die uns da unterstützt. Es wird Neuerungen geben am Hauptplatz, da wird es ein bisschen zum Klettern. Wie gesagt, ein paar weitere kleinere Änderungen natürlich auch noch. Details wollen wir da noch nicht verraten, aber es wird einiges an Neuen geben. Das Motto soll lauten Beat the City. Nach dem Startschuss um 9.30 Uhr kämpfen sich die Teilnehmer über verschiedene Hindernisse, sei es auf Asphalt, in der Wiese oder durch Wasser und Dreck Richtung Ziel im OMDA-Stadion. Je nach Können und Selbstvertrauen kann man sich für sechs, acht oder zwölf Kilometer Distanz entscheiden. Also es ist so angelegt, dass es von jedem Mann, jeder Frau zu bewältigen ist. Es ist nicht zu anstrengend. Sechs Kilometer, glaube ich, kann auch jeder schaffen, der den Ehrgeiz aufbringt. Natürlich, wenn man schnell unterwegs sein will, dann Schutz hat, wenn man sich vorher vorbereitet und ein bisschen laufen geht. Sportlich messen können sich dieses Mal vor allem Mitglieder der Polizei, Feuerwehr und Rettung, hat sich doch das Organisationskomitee doch eine besondere Wertung einfallen lassen. 2017 gibt es eine Blaulicht-Wertung, wo Rettung, Polizei und Feuerwehr die Möglichkeit haben, sich zu messen und in einer eigenen Wertung gewertet werden. Es gibt auch eine Business-Wertung für Firmen, Kunden, für Leute, die sich in der Firma einfach zusammentun und sich gegenseitig messen wollen, beziehungsweise einfach Spaß an der Sache haben wollen. Spaß bringen vor allem die außergewöhnlichen Hindernisse, wie etwa die Rutsche am Hauptplatz, die bereits 2016 ein Highlight war. Naja, ich habe das auch gehört, mich hat das auch sehr gefreut, dass das das Highlight war. Das haben sehr viele bestätigt und es gefreut mich, dass das tatsächlich passiert ist. Aber ich glaube, es ist halt irgendwie so eine Rutsche, das hat man als Kind schon immer gern gemacht, irgendwo oben zu rutschen. Und wenn man das da auch erleben kann, dann wird es wahrscheinlich das sein, ja. Mit an Bord dieses Jahr die Sparkasse am Stetten, die ab nun als Hauptsponsor beim City Attack auftreten wird. Ja, die Herrschaften haben nach wenigen Jahren hier einen ausgezeichneten Event auf die Beine gestellt. Sie bringen Sport und Action in die Stadt am Stetten rein. Dieses positive Gefühl, das da mitgetragen wird, zeigt ja die unglaubliche Teilnehmerzahl von fast 400 schon im Vorjahr. Und es entspricht genau dem, was wir auch unterstützen und fördern wollen. Was Nachhaltiges, was professionell aufgebaut ist, was Positives, wo Lebensfreude gelebt wird in der Stadt am Stetten. Ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen sehr wichtig, hier auch Unterstützung zu zeigen. Nicht nur für die Teilnehmer ist organisatorisch alles perfekt ausgeklügelt. Auch für die Besucher hat man dieses Jahr wieder ein besonderes Service. Mit dem Shuttlebus kann man nämlich gemütlich vom Stadion bis zum Obi-Parkplatz, wo ebenfalls ein Hotspot installiert wird, fahren und die City Attack Runner anfeuern. Auf die Schleidung vom Stadion ab tapping an. Das wirkt 2019, der Knie hinweht, was in der Stadt am Stadion am Stadion. Aber am Stadion abzunnen. Wir haben uns schon sehr viel, was wir hier im Namen richtig vom Helden zu berühren. Und wir haben die Qualität überraschung. Doch das ist wichtig, den Liedern zu vertebrauchen. Und wir haben die Welt im Stadion abzunnen.